Sie, fast alle hier, sind Frauenabschaffer, weil Sie, fast alle hier, der Genderideologie anhängen. Sie behaupten, das Geschlecht hat mit Biologie nichts zu tun und jeder kann sich sein Geschlecht irgendwie selbst bestimmen. Das Selbstbestimmungsgesetz kommt dann hier demnächst auch in diesem Theater. Wir warten schon mit Freude drauf. Frau von Storch, Sie haben vorhin hier dieses Parlament als Theater bezeichnet. Ich bitte Sie sehr, über diesen Begriff noch einmal nachzudenken. Sie sind ja selbst Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Ansonsten bitte ich Sie einfach auch persönlich um Respekt vor der Kollegin Tessa Ganserer.